Liebe Klavierspieler, guckt doch mal her, was ein Klavier ist, was wirklich Freude macht. Es ist nicht lauter als wie ich spreche. Es hat eine spezielle Regulierung, so dass Sie immer ein angenehmes Gefühl in den Ohren haben. Es ist auch leicht geniecht. Nehmen Sie so einen Radiergummi, probieren Sie das. Da kommt schon der Ton. Machen Sie das mit jedem neuen Flügel, mit jedem neuen Klavier. Das geht nur hier einzigartig, hat dieses Wunderzer Klavier drei Pedale. Und das mittlere funktioniert so, wie es nur die großen Flügel schaffen. Das heißt, Sie können unten einen Ton einhängen. So, und jetzt kann man mit rechts normal pedalisieren. So, und jetzt kann ich normal rechts pedalisieren und weiter stehen. Was Ihnen jetzt schon auffällt, ist dieser schöne Klang, wie der eines Steinbeflügels, der sich durch diesen kleinen Resonanzboden, vor allem auch den Diskant ergibt. Was machen Sie, wenn Sie wirklich ganz, ganz leise für sich spielen wollen? Nicht wie woanders Silent Piano, wo das Klavier komplett ausgehängt wird und ein Digital Piano zum Spiegel kommt. Hier wird der Hammerweg so extrem verkürzt. Normal heißt es, spiele ich. Und normal ist immer noch angenehme Zimmer lautstärke. Das ist das Klavier, das Rollen macht. Sie können oben drüber gucken. Sie haben also nicht das Brett vor dem Kopf, wie es ein anderer Pianist hat. Sie haben auch nicht, wie bei Flügel, die Noten so vor dem Kopf, sondern Sie können hier angenehm drüber gucken. Okay.